Ola! Heute in Santa Cruz am Freitag und ich bin hier auf diesem Zug oder Wochenmarkt in, wie heißt es, irgendwie Afrika. Schaut euch mal hier das bunte Treiben an. Okay, also man bekommt hier alles. Frischen Käse, schönes Obst hier, alle Früchte, die wir natürlich auch haben, von Orange bis Paprika, bis Gurke, bis Porree, rote Bananen, Avocados, Granat, Äpfel. Ach, alles, was das Herz begehrt. Guckt euch mal hier die Kartoffelsorten an. Ist das nicht herrlich aus? Und hier frischen Käse und das duftet hier, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier noch Passiteria. Guckt euch das mal an hier. Die Leute haben natürlich alle Masken auf, aber es ist schon ein reges Treiben hier. Das muss man schon sagen. Und jetzt habe ich natürlich noch einen ganz tollen Naden entdeckt. Guckt euch mal hier die Köstlichkeiten an. Von Schweineohr. Sieht das nicht alles lecker aus? Hier mal ein Blick. Oh, Cremestücke. Ganz viele Obststände, Gemüsestände. Schaut mal, da sind Gewürze. Und das Ganze zieht sich über zwei Ebenen. Und guckt mal in der Mitte. Sieht das nicht schön aus? Erstmal ist da natürlich ein Karussell. Ein Kinderkarussell und die ganzen Blumenstände. Ich gehe mit euch da mal hin, damit ihr euch mal die Blütenpracht hier euch anschauen könnt. Das ist ja eine Riffa. Guckt euch mal hier die Hängebegonien an. Sieht das nicht schön aus? Hier der gedrehte Benjamin. Und hier geht es weiter. Und hier, das ist das hier, dieser Marktplatz. Und so viel ich weiß, hat der täglich auf. Und man bekommt hier einfach alles. Vorne am Eingang ist noch jemand, der der Musik noch spielt. Und ansonsten kann man sich eigentlich hier aufhalten. Dahinten geht es noch weiter. Guckt euch hier die schöne Blütenpracht an. Und in Spanien wird immer, in Teneriffa, schaut euch das mal an. So die ganzen Verschlüsse von den Wasserflaschen, wird alles gesammelt. Ich weiß nicht genau was, das wird natürlich recycelt. Aber was da jetzt genau mit passiert, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wir gehen hier raus, Josi. Josi. Guckt euch hier die schönen Orchideen an. Und das ist hier der Platz. Das ist direkt in Santa Cruz. Guckt mal, da ist noch Live-Musik. Und das ist der Eingang. Das ist hier direkt am Kreise. Und geradeaus geht es ja dann, ich weiß nicht, in dieser Art Fußgängerzone, sage ich mal, in den Stadtkern. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Und bis dann. Tschüss.